Die Top 6 Und in Kürze wird er erfahren, wer in der Klasse gewonnen hat. Sechster Platz geht an die Startnummer 106, Jerome Dietz vom Oddy Town XXL Frankfurt. Platz 5 Startnummer 108, Manuel Gründig, Smash Fitness Park. Förderplatz An die Startnummer 112, Kevin Hortig vom Glocks Fitness. Platz 3 Startnummer 115, Patrick Morain vom Vitalis Fitness Center Hagen. Platz 3 Bleiben noch zwei absolute Top-Athleten übrig. Ich bin mir sicher, das war ein knappes Finale, ein spannendes Finale. Einer kann er gewinnen. Und der Vizetitel, der zweite Platz geht an die Startnummer 116, Vatay Oddsola vom Gym Room Hamburg. Platz 3 Faire Geste Zwei tolle Athleten, sechs Superathleten Und der Sieger Internationaler Deutscher Meister Im Classic Bodybuilding Armin Magen Vom Sportclub Duisburg Vom Sportclub Duisburg . Vielen Dank. Glückwunsch noch einmal an alle sechs Athleten mit einem Top-Wettkampf abgeliefert hier. Es war eine Freude zuzuschauen. Und noch einmal der Sieger mit seinem Pokal. Internationale Deutsche Meister 2019. Armin Magen. Und der Armin darf sich dann hinter der Bühne bereithalten für das Gesamtsiegerstechen im Classic Bodybuilding. Wo wir ihn dann nochmal mit dem Besten, dem Sieger aus der Classic Bodybuilding Kategorie 2 der Bühne sehen werden. Und da werden wir mal sehen, wie wir ihn jetzt aussuchen als Gegner. Gleich werden wir das wissen, Martina. Ja, ja, ja. Lassen wir uns auf die Bühne. Auf geht's, Jungs. Wir wollten den Gegner für den Armin aussuchen. Im Gesamtsiegerstechen. Classic Bodybuilding. Unser Finalisten in der Kategorie 2. Athlete mit einer Körpergröße über 1,78 Meter. Wir haben ja nichts ausgesucht. Ist ja schon von Kampfgericht ausgewählt. Wir dürfen es nur noch verkünden. Aber trotzdem spannend. Und somit verkündige ich den sechsten Platz. Der geht an die Startnummer 117, Tobias Hain vom Fitnesscenter Schad. Platz 5 für die Startnummer 123, Lucian Struss von Eisenmacht-Schön. Der vierte Platz geht an die Startnummer 118, Christian Drost von Topfit Sport Gelsenkirchen. Willkommen zu den Top 3 Athleten auf dem dritten Platz. Startnummer 119, Jonathan Rohler vom Glocks Fitness Gießen. Auch hier ein spannendes Finale mit zwei Superathleten. Einer kann nur gewinnen. Der zweite Platz geht nach Hamburg an die Startnummer 124. Patrick Zadanski vom Olympik Hamburg. Somit Last Man Standing im Büdelhintergrund. Dominik Gora vom Powerhouse Ludwigsburg Classic Bodybuilding Sieger internationaler deutscher Meister. Florian alto! перелом! случ costs am y frenigen. Kom und Politik. Eliberg Mal看一下 und Compagnia. Dassli mich den fan denkt aus. Was euch das jetzt in ? So ist das ein Gesicht ? Was ist denn hier? と思st du, jetzt kommen wir. lich über den 45ret in die Start. B Pengian soon nach demachtdoor Finalahren Vielen Dank. Ja, der Armin wird gegen den Dominik antreten. Da bin ich mal gespannt, weil die beiden haben sehr gut abgeliefert. Befallen mir beide sehr gut. Ja, ich hätte einen Favoriten. Ich vielleicht auch. International German Champion Dominik. Igora in der Classic Polybuilding Kategorie 2. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sehen dich in wenigen Sekunden wieder zu viel Amstigerstechen.